Bleib liegen! Willst du dein Auto herholen, oder soll ich meins kaputt machen? Ich hab auch einen Prius hier, willst du einen Prius, oder? Ich hab eigentlich auch hier... Ist hier unten drunter, kann ich das nicht nutzen? Ne, schade. Also, was darf's sein? Egal, ich nehm alles. Dann nehmen wir hier so Hybrid Prius. Sind heute mal... äh, gut so umwelt. Weißt du? Elektroauto. Ah. Achso, Hybrid, weil ein bisschen Motor hörst ja noch, ne? Geht dann der Tank hier auch schneller, also... Weißt du was ich meine? Ne, weiß ich grad nicht, sorry. Egal. Bei nem Hybrid Auto geht auch der Tank nicht schnell leer. Echt nicht? Nein. Deswegen ist ja ein Hybrid Auto. Ja, bestimmt. Ich war grad dumm. Ach, du bist ein Mädchen, du hast halt keine Ahnung von Autos. Ist okay. Okay. Dann ist gut. Hast du das schon markiert? Na Mensch. Äh, ja, wenn wir da nochmal halt vorbeifahren wollen, hab ich's markiert. Ja, wollt ich eigentlich jetzt. Es ist nämlich gleich vier. Ja. Was, gleich vier? Achso. Spieluhrzeit, ich dachte schon, hä? Hallo? Wo liebst du denn? Im anderen Land. Hawaii? So. Äh, wenn jetzt nix da ist, weiß ich auch nicht. Dann sind wir alle traurig und enttäuscht. Oh ja. Ja. Boah, das ist so hübsch. Hups. Geh das mal. Hups, da ist auch was. Ich kann's nicht sehen. So. Ey, ich fahr mal hin. Ach, guck mal. Wer ist er ja wieder? Boah, der ist so hübsch. Werden wir jetzt ins Gelben, würde ich einfach reinspringen und runtertauchen. Um. Meinst du, hier gibt's einen verborgenen Schatz? Es gab's jetzt hier einen verborgenen Schatz. Wie kann ich noch mal tauchen? Ja, meine Badekamotten nicht an, fällt mir ein. Oh ja. Stimmt, müssen wir auch noch machen. Irgendwann mal. Ja. Baden gehen am Strand. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Wir sind echt komische GTA-Spieler. Ach, Quatschwein. So muss man's spielen. Kommst du rein? Ja. So muss man das Spiel spielen. Eindeutig. Ups. Ich sag's dir, werden die jetzt wieder explodiert. Dann. Wer konnte denn sehen, dass das ein Abgrund ist? So heimtückisch. Ey, wie war das jetzt, als wir Motorrad gefahren sind? Da wusste er, ich dachte, du hast daraus gelernt, dass es immer einen Abgrund geben kann. Nö. Hab ich nicht. Achso. Ja, du lernst ja nix mehr, ne? Ja. Du bist schon zu alt. Richtig. Du, 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 du. Das ist wieder nix. Echt nicht? Nee. Ups. Ist Montag Ruhetag oder was? Haben wir heute Montag? Ja, heute ist Montag. Ups. Ich wollte da gar nicht hin. Gepasserter Transporter! Gepasserter Transporter! Gepasserter Transporter! Gepasserter Transporter! Gepasserter Transporter! Gepasserter Schafften wir nicht rechtzeitig. Doch, doch. Hier, neben das Auto! Ist ein Hybrid, der ist schnell. Ich habe ihn markiert. Okay. So ein circa. So circa? Mach doch mal deine Tür zu. So. Ups. Guck mal da. Entschuldigung. Das ist Polizei, aber scheißegal. Ja, der Geldtransporter ist weg. Was? Och, manno. So ein Kack. So ein verdammter Kack. Jedes Mal dasselbe. Sag mal, da ist ein interessanter Ort. Lass uns mal zu dem interessanten Ort fahren. Wo ist ein interessanter Ort? Habe ich gerade markiert. Da steht interessanter Ort dabei. Okay. Dann fahren wir da mal hin. Weiß nicht, was es ist und wie es ist, aber da steht interessanter Ort dabei. Mit Hybrid-Power. Tower. Power Tower. Der denkt sich auch, oh, das machen wir jetzt an. Ah, das ist doch hier Martin Madrasos Haus, oder? Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht. Doch, doch. Huh, Bullerei. Ihr kriegt uns nicht. Wir kriegen uns nur selber. Okay. Das hätten wir. Ups. So, dann ziehen wir die auch mal los. Hey, da ist ein Tunnel. Ja, aber... Ich glaube, der ist für uns nicht begehbar. Ja. Ich dachte schon, oi, toll. Weißt du? Aber dann war es nicht so toll. Hoppala. Das kam unerwartet. Ich wollte gerade sagen, weißt du, was wir noch nachspielen müssen? Was? Der Italian Job. Der was? Achso. Das ist... Ein alter Film. Eventuell zu alt für dich. Kann sein. Ja, da fahren die mit Minis durch eine Kanalisation, weil sie, äh, um... Überhalb der Kanalisation die Bank ausgerobbt haben. Und die Minis sind halt ihre Fluchtwagen. So. Okay. Das müssen wir machen. Hups, warum kann ich das denn nicht zerstören? Weil es so ein Laternenfall, der klingt einfach um, aber so ein kleines Zäunchen. Ja, das ist genauso wie die Stromlasten, die gehen auch nicht kaputt. Ja, ergibt keinen Sinn. Was machen die denn lustig ist? Hey! Er schießt. Nicht schießen. Wir sind doch ganz lieb. Wieso ist das jetzt da nix mehr? Doch, da ist noch was. Das ist auf der großen Wettner. Genau hier. Höhe? Keine Ahnung, oder ist hier was unterirdisch? Ich glaub nicht. Hier ist auf jeden Fall ein interessanter Ort. Ist das vielleicht immer so ein Aussichtspunkt oder was? Wir könnten sowieso mal für einen Block ein Bild machen. Aber ich will ganz hoch dafür. Komm, lauf schneller! So. Nehmen wir mal das Handy. Lächeln. Kannst herkommen. Warte, stopp, 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 stopp. Zu weit. Zurück. In Galerie speichern. Ich frag mich immer noch nicht, äh, ich frag mich immer noch, wie der das speichert und so. Lass nicht auf eine Tastenkombination, warte mal. Äh, äh, Tastenkombinationen, Einstellung? Die Aufnahme wird so spannend. Ja, total, ne? Wir machen so viel Scheiß. Ich weiß es nicht. Vielleicht trinkt was. Mach nur. Ich ruf jetzt mal an und dann fahren wir halt einfach so hin. Oh mein Gott. Ja, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und, äh, holen den Siegschark, Siegschark ab. Okay. Hey, das ist meins, Siegschark. Das, was ich markiert hab? Ist da immer noch eins von dir? Ja. Weißt du, was ich mal zuerst mache? Was? Erstmal fallen wir hier runter zur nächsten Straße und jetzt halt ruhig schon mal den lustigen, äh, Dings an. Damit er mir das vorbeibringt, die Mechaniker. Den beteil ich auch dafür. Ups. Ah, ich kann es jetzt nicht bringen, Boss. Der Arsch hat einfach aufgelegt. Stopp. Oh, war das knapp. Dingser. Hey, ich möchte gerne die Sanchez haben. It's on the way. So. Komm, Sanchez, da ist sie doch. Wirst du auch deine holen, oder? Ich habe mich hier mit. Oh Mann, wir hätten da vorne noch schnell vorbeifahren können. Oh, scheiße. Ob die Sea Sharks jetzt da wären? Ah, Mist. Ich habe es kaputt gemacht. Ich habe gedacht, ich schaff's darüber. Ich habe es kaputt gemacht. Morse Mutual, wir sind hier, um Hilfe zu helfen. Sicher. Oh, ich habe das kaputt gemacht. Das ist aber nicht so gut. Juh! Weißt was gegen Kroffi hilft. Was denn? Nix. Aua! Wofür war der denn? Weil du gemeinst du mir bist. I'm on the clock. What you want? Some wheels? Oh, nächste Anfrage erst möglich ist bla bla bla. Hol mal ein Moped. Ich habe keinen Moped. Hä? Klar. Ich bin da hin. Nein, ein Motorrad. Ja, das habe ich. Das mache ich doch mit Moped. In einem Motorrad. The fuck? Ich habe ihn. Ob der ist es? Hoff ich mal nicht. Denke ich. Ich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war ich jetzt viel zu doof und habe das falsche Auto gerufen. Ich will schon mal den Dicken nehmen. Ich will schon mal den Dicken nehmen. Ja, mach das. Komm rein. Dass du nicht weißt, wie die Teile heißen. Du rufst sie doch ständig. Wer hat das letzte Mal gefragt, wie das heißt? Wer? Ich nicht. Aber, hallo du! Ja, mach das. Mann, ist das nervig, wenn die die ganze Zeit einem reinfahren. Ja. Ach, hier sind wir wieder. OMG. So. Vielleicht haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Mach doch mal die Dinger weg hier. Moment, wir haben es gleich. Erstmal wieder auf der Straße. Erstmal wieder auf der Straße. Ja. Ja. Ja.